Der ESG-Hype gleicht dem Zusammenbruch des neuen Marktes. Es ist vorbei 20 Jahre später, das sagt ein Vertreter von Alpha Value. Ist ESG tatsächlich nur ein Hype? Wenn wir jetzt schauen, was passiert, müssen wir ganz klar sagen, dass das Investitionsvolumen in diese Produkte, in Artikel 8 und 9 Produkte, ganz klar abnimmt. Im vergangenen Jahr waren es 11 Milliarden Euro. Gleichzeitig sind die Gelder in Artikel 6 Produkte, also konventionelle Investmentfonds, deutlich gestiegen um etwa 28 Milliarden. Die Emissionstätigkeit für neue ESG-Produkte liegt am Boden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es tatsächlich zu Ende? Ist es nur ein Hype? Das bespreche ich mit Dr. Andreas Beck. Ihr habt ihn längst erkannt auf dem Thumbnail. Ich will wissen, was da los ist, wie ein Lösungsansatz aussehen kann. Den hat Dr. Beck mitgebracht und für diese Diskussion und für das Gespräch wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung. Mein Next Guest Needs No Further Instruction. Den Jay Leno-Satz wollte ich schon immer mal sagen. Dr. Andreas Beck ist hier. Schön, dass du da bist, Andreas. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir duzen uns. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was viele spaltet. ESG. Nachhaltiges Investieren. Du hast dich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt. Der erste Artikel, den du ja auch mal genannt hast, geht zurück für die FAZ auf 2014, 2015. Bin mir jetzt nicht genau sicher. Was hat sich denn derweil getan? Nicht nur seitdem, sondern vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jahren, was ESG-Investments angeht und auch vielleicht Berichtsstandards von Unternehmen. Also das nachhaltige Investieren zu dem Thema schlechthin für die Finanzindustrie wird, das ist relativ lange schon klar. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass die Wirtschaft umgebaut werden muss, insbesondere Richtung CO2-Neutralität, aber auch Richtung Kreislaufwirtschaft und andere Dinge. Aber CO2-Neutralität ist das oberste Ziel. Und die Wirtschaft muss umgebaut werden. Das erfordert sehr viel Kapital. Das kann der Staat nicht leisten. Das heißt, privates Kapital muss motiviert werden, diesen Umbau mit zu finanzieren. Das ist auf UN-Ebene und auf EU-Ebene praktisch dann gegossen worden, in Richtlinien für die Anlageberatung, für die Vermögensverwalter. Aber das geht bis hin zur Kreditvergabe. Welche Unternehmen bekommen günstigere Kredite? Und so ist das alles losgetreten worden. Und insofern haben wir uns auch schon sehr, sehr früh mit der Frage beschäftigt. Jetzt habe ich so unter den letzten Videos und Interviews, die du ja auch gegeben hast, dann gelesen, ich weiß gar nicht, was der will. Mein ESG-ETF läuft hervorragend. Und wenn wir uns jetzt auch so ESG-ETFs angucken, also MSCI World jetzt im Vergleich zu seinen grünen Ableitungen, wie eben ESG-Screened und MSCI SRI, dann gibt es Rendite-seitig jetzt nicht sehr große Unterschiede. Also eigentlich gibt es ja wenig zu mäkeln daran, oder? Also eigentlich ja kein polarisierendes Thema für Privatanleger, doch super. Also es gibt jetzt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die politische Zielstellung. Auf die kann man sich einigen. Also Umbau der Wirtschaft, okay. Schonenderer Umgang mit Ressourcen, das ist ja sozusagen die Überschrift. Effizienter werden. Und das ist ja eigentlich im Sinn der Wirtschaft sowieso. Also abstrakt gesprochen ist Gewinnmaximierung immer maximale Effizienz beim Ressourceneinsatz. Also ich muss versuchen, die Bedürfnisse meiner Kunden mit minimalem Einsatz zu befriedigen. und insofern ist es überhaupt kein Widerspruch zwischen den Zielen, die die EU und die UN hier ausgerufen haben und dem Grundprinzip einer Marktwirtschaft. Und das Problem ist jetzt bei der Frage, wer bekommt die Hoheit zu entscheiden, ob ein Unternehmen jetzt als nachhaltig klassifiziert wird oder nicht. Und das ist vollkommen schief gelaufen. Auf verschiedenen Ebenen ist es vollkommen schief gelaufen. Und das ist uns auch schon relativ früh deutlich geworden. Also wir haben zum Beispiel Projekte für Banken gemacht vor 10, 15 Jahren, wo Banken gesagt haben, wir brauchen hier Ratings, Nachhaltigkeitsratings, die wir einsetzen wollen, sogenannte ESG-Ratings. Und es gibt 18 Anbieter im europäischen Markt. Welches sollen wir denn nehmen? Und dann haben wir uns im Detail diese Ratingagenturen angeschaut und wie die messen. Und das Ergebnis war keines. Weil es funktioniert einfach nicht, das zu messen, so wie das jetzt methodologisch gemacht wird. Insofern ist da ein Riesenmissbrauch entstanden. Und vielleicht, ich habe jetzt da keinen Chart vorbereitet, aber vielleicht blendet ihr den Kurs ein, der Aktie MSCI. Ja, beeindruckend. Wenn man sich diesen Kursverlauf anschaut, dann sieht man, naja, die haben halt eine gewisse Dateninfrastruktur zur Verfügung gestellt, zur Indexkonstruktion. Und dann geht plötzlich die Post ab. Und diese Post abgehen heißt, die haben frühzeitig erkannt, Marktführer zu werden. Im ESG-Rating-Thema. Und es ist eine Goldgrube für eine ganze Industrie, die da entstanden ist. Und es ist auch eine Goldgrube für Consultants und bis hin zu Diversity-Managern, die jetzt eingestellt werden, bis zu Wirtschaftsprüfern. Es ist aber alles ein bürokratischer Overhead. Und wenn man sich dann wirklich anschaut, welche Unternehmen werden jetzt dann als nachhaltig ausgewiesen und welche nicht, dann ist das einfach enttäuschend. Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal, wir kommen gleich noch darauf auf jeden Fall zu sprechen. Und wir haben das richtigerweise gesagt, wir haben diese zwei Seiten. Wir haben einmal die Privatleger-Anleger-Seite. Und wir haben halt das, was der Staat umsetzen muss. Er hat sich ja hohe Ziele gegeben und wie das halt eben auch im Berichtstandards dann festgelegt wird. Wenn wir uns jetzt eine simple Erkenntnis halt zunutze machen. Du hast 100 Aktien eines Windkraftanlagenbaus und ich habe jetzt gerade genug Geld übrig. Und ich kaufe dir diese Aktien ab, die, sage ich mal, offenkundiger ESG-Standards genügen. Was hat das Unternehmen dann davon? Haben wir dann jetzt CO2 dann eingespart? Okay, das ist jetzt erstmal so eine Metafrage, die ist natürlich wichtig. Weil man denkt ja, Kapitalversorgung der Unternehmen, das ist sozusagen der Primärmarkt. Aktien müssen neu begeben werden vom Unternehmen. Oder ein Unternehmen muss eine neue Anleihe begeben oder einen neuen Kredit nachfragen. Und da ist sozusagen die Musik, da wird Kapital zur Verfügung gestellt. Was soll das überhaupt für eine Rolle spielen, wenn am Sekundärmarkt, sprich an der Börse, bestehende Anleihen oder bestehende Aktien zwischen zwei Parteien gehandelt werden. Das ist aber viel zu kurz gegriffen, weil letztendlich die Kapitalkosten eines Unternehmens, die spiegeln sich immer am Börsenkurs der Anleihen und der Aktien ab. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel vom Aktienkurs her im Keller steht, wie zum Beispiel VW, dann ist ihnen die Kapitalversorgung über die Emissionen neuer Aktien abgeschnitten. Ja, weil sozusagen Eigenkapital ist unglaublich teuer für VW im Moment. Während Eigenkapital für Tesla lange unglaublich billig war. Deswegen hat Tesla überhaupt keine Kredite aufgenommen, sondern einfach immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht. Oder anders formuliert, der Börsenkurs ist essentiell bei der Frage, was sind die Finanzierungskosten von Unternehmen. Bei Anleihen natürlich genauso. Wenn ein Unternehmen eine Anleihe begibt und die steht bei 110, das heißt, die könnten jetzt eine Anleihe mit einem günstigeren Zins herausgeben mit 100 und das wäre dann Pari vom Barwert. Wenn die Anleihe des Unternehmens aber bei 80 steht, dann ist es für die jetzt im Moment praktisch ganz schwierig, zu alten Konditionen neue Gelder aufzunehmen. Und deswegen kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, wenn jetzt auf einmal Gatekeeper kommen, also zum Beispiel MSCI als absoluten Marktführer, und die sagen, geht weg vom MSCI World, geht hin zum MSCI SRI World, das ist sozusagen der strengste Nachhaltigkeitsindex. Und nur die Unternehmen, die dann da drin sind, die werden jetzt noch systematisch über die ganzen ETF-Käufer, weil die über Werbekampagnen und glauben, sie machen damit was Gutes, dann eben diese ETFs bevorzugen, mit Kapital versorgt werden am Sekundärmarkt und entsprechend die Aktien dann auch teurer werden. Ja, es ist nur erstmal das Verständnis auf Investorenseite beziehungsweise auf Privatlegerenseite zu schaffen. Durch die Aktienverkauf tut es ja vordergründig erstmal nichts. Also kein CO2 wurde jetzt dadurch eingespart. Ja, die Kapitalkosten verringern sich natürlich, das hast du ja gerade dargelegt. Und das ist auch das Ziel. Also das ist auch so ein kleiner innerer Widerspruch in sich, aber es geht ja bei diesem Sustainable Investment ausschließlich dafür, privates Kapital zu motivieren, in den Umbau dieser Wirtschaft zu fließen. Sprich, die Kapitalkosten der Unternehmen für diesen Umbau in einem erträglichen Maß zu halten. Und das ist ja immer ein Angebot- und Nachfragethema. Absolut. Also ich gebe ja niemandem freiwilligen Kredit, ich will immer eine Gegenleistung dafür. Und je nachdem, wie hoch ich das Risiko einschätze, muss der mir einen bestimmten Zins bieten. Und jetzt kann die Bankenaufsicht zum Beispiel sagen, Banken, wenn sie einem Unternehmen, was als besonders nachhaltig klassifiziert ist, einen Kredit geben, dann müssen sie dafür weniger Eigenkapital hinterlegen und sie können den Kredit günstiger machen. Und sie können sagen, wenn ein Unternehmen besonders schlecht nachhaltiges Rating ist, dann müssen da noch zusätzliche Risikofaktoren berücksichtigt werden und dann werden die Kredite automatisch teurer. Und auf die Art und Weise glaubt man mit Sustainability Investment, Kapitalflüsse zu steuern und damit dann Unternehmen zu steuern. Also das ist immer nur ein sehr indirekter Weg. Der direkte Weg wäre ja immer der Konsument, wenn ich es mal so sagen darf. Weil die Unternehmen, damit sie nicht pleite gehen, müssen halt produzieren, was die Kunden nachfragen. Und wenn die VW-Kunden SUVs nachfragen, dann muss VW die produzieren. Da können sie nichts anderes machen. Genau. Oder wenn jetzt halt wieder die Wiesen anfangen und Bier nachgefragt wird, aber halt die Bauereihersteller ja gar nicht in diesen ESG-Indizes auftauchen. Der Verbraucher entscheidet, aber nie. Ja, also natürlich kann McDonalds vegane Burger anbieten, aber ob der Kunde die dann nachfragt oder nicht, das kann McDonalds ja nicht entscheiden. Aber da spielt natürlich die eigentliche Musik. Also am Ende sind wir eine freie Marktwirtschaft und der Verbraucher hat die eigentliche Hoheit. Und wenn der Verbraucher sagt, mir ist es ganz wichtig, dass ich eben jetzt CO2 reduziere in meinem Konsumverhalten, dann hätte es sofort einen Einfluss auf die Unternehmen. Ich bringe da mal ein kleines Beispiel. Weil daran erinnern sich nur Menschen in meinem Alter. Shell hat mal vor 30, 40 Jahren eine Ölplattform verklappen wollen. Brandspar. Ja, ich glaube. Das kann ich mich auch mal drinnen. So alt bin ich nicht. Bitte. Ja, und dann gab es einen riesen Aufschrei von Umweltorganisationen und dann haben so ein, zwei Prozent der Autofahrer gewechselt und bewusst nicht mehr bei Shell getankt. Und das hat gereicht, dass Shell sofort die Strategie geändert hat. Also der Verbraucher hat eine unglaubliche Macht. Und deswegen alles, worüber wir hier reden, ist sozusagen nur ein indirekter Schub, der wichtig ist, aber das ist halt immer nur ein indirekter Weg. Ja, absolut. Dazu kann ich noch beitragen, dass es ganz witzig war, dass nämlich die Verklappung von Brandspar im Meer weniger umweltvolle Kosten gehabt hätte, als sie komplett abzuschleppen. Also es war von vorne bis hinten ein einziges Desaster. Wir kommen noch mal auf den Verbraucher zu sprechen. Und zwar, ja, stimmt der jetzt drüber ab, was für Produkte möchte ich nutzen? ESG-Produkte, offensichtlich bei der Geldanlage, sind nicht mehr so gefragt, denn ja, die Volumina und die Influss gehen zurück beziehungsweise Kapital wird offensichtlich abgezogen. Insgesamt belief sich der Nettomittelabfluss, das muss ich gerade einmal vorlesen, bei Artikel 8 und 9 Fonds, auf über 11 Milliarden Euro, gegenüber von fast 28 Milliarden Euro in Artikel 6 Produkte. Und dann nur noch ein Zitat von Pierre-Yves Gauthier von Alpha Value. Er sagt, ESG was a .com sort of hype, 20 years later and now it has passed. Also er vergleicht halt den ESG-Hype mit dem neuen Markt und sagt ja, okay, das ist jetzt irgendwie vorbei. Wie ist so deine Erfahrung? Wie nimmst du das wahr? Also Gott sei Dank ist, also das Thema war halt extrem Marketing getrieben. Also die Idee war, der Kunde kommt dann zu seinem Vermögensverwalter und der Vermögensverwalter fragt, ist Ihnen die Umwelt wichtig? Ja, wer sagt dann nein? Und zack hat er ein ESG-Produkt, was dann zufällig auch noch teurer ist. Aber in Wirklichkeit konnte man sehr früh zeigen, dass man damit der Umwelt nicht hilft, der Gesellschaft nicht hilft, dass man eigentlich nur eine große Bürokratieblase damit finanziert. Aber mit den Zielen, die die EU einfach mal ausgerufen hat, um bei der Wirtschaft, da ist man sogar kontraproduktiv. Also wir haben inzwischen auch nachweisen können, dass es kontraproduktiv ist. Da kommen wir vielleicht später dazu. Natürlich. Inzwischen gibt es halt eine gute empirische Basis. Und je mehr dann da kritisch reingegangen wurde, umso radikaler wurden übrigens dann auch die ESG-Ratingagenturen, dass sie in ihre Bedingungen reinschreiben, dass man keine vergleichenden Studien machen darf mit diesen Ratings. Aber am Ende, es ist eine solche Mogelpackung, dass da einfach die Luft raus musste. Und ich bin sehr, sehr froh. Also inzwischen ist ja die Kritik Mainstream, aber früher waren wir da die totalen Außenseiter. Auch die Journalisten waren nicht bereit, mal was Kritisches darüber zu machen. Weil die haben gesagt, ja, aber es ist doch besser als nichts. Nein, es ist ja halt schlechter als nichts. Aber inzwischen, okay, kann man offen darüber sprechen. Es gibt ganz hervorragende Analysen und Studien, die publiziert wurden in AAA-Journalen, wo man also richtig zeigen kann, es hat keinen positiven Effekt auf CO2-Reduktion, es hat keinen positiven Effekt für die Gesellschaft. Es ist eine Gelddruckmaschine für einen Bürokratieapparat, der uns alle noch ineffizienter macht und am Ende den Unternehmen das Geld wegnimmt, was sie eigentlich bräuchten für den Umbau. Und der Anleger hat auch nichts davon, weil die haben auch keine bessere Performance. Ja. Jetzt sehen wir sogar noch, dass immer weniger ESG-Produkte halt auch aufgelegt werden. Jetzt im laufenden Jahr waren es im ersten Halbjahr, glaube ich, 100 im Vergleich zu, jetzt müsste ich gerade einmal schauen, 566, Entschuldigung, 2023 wurden 566 ESG-Fonds aufgelegt, 2022 waren es 993 und im Mai dieses Jahres waren es gerade einmal 16. Also Nachfrage nimmt ab. Klar, was wollen die Investmentfirmen halt auch machen? Die reagieren natürlich, die bringen ja nicht noch mehr auf den Markt. Aber siehst du diese Sparte an Investments und Produkten dann jetzt als beendet? Also wirklich so schlimm, dass es wie ein neuer Markt vorbei ist? Oder wie haben wir das zu bewerten? Überhaupt nicht. Man kann sich gegen diesen Umbau der Wirtschaft nicht sperren. Aber es wird jetzt eine Version 2 kommen mit einer anderen Methodologie, wie ich diese Ratings messe. Also wie ich diese Ratings erstellen kann, wie ich hier messen kann. Da sind wir auch in sehr spannenden Projekten. Da ist sehr, sehr viel Bewegung im Hintergrund. Das sieht man jetzt noch nicht, weil es noch keine Produkte gibt in der Richtung. Aber sozusagen ESG 1.0 ist gescheitert. Also wie die Top-Com-Blase. Aber das Internet hat sich ja trotzdem durchgesetzt. Und jetzt kommt eine erwachsene, andere Art, das zu messen, sodass es auch rechtssicher implementierbar ist. Und auch die EU-Regulierung ist ja weitergegangen. Das war ja bis jetzt Wilder Westen. Auch die stellt jetzt gewisse Anforderungen an eine empirische Nachweisbarkeit für die CO2-Reduktion usw. Also sodass auch da nachgezogen ist. Und es wird jetzt eine viel reifere Lösung kommen. Und der traue ich auch eine große Zukunft zu dann. Aber sozusagen dieser erste Schuss, wo für mich maßgeblich MSCI, SRI ist. Also für mich deswegen maßgeblich, weil ich bin ja Portfolio-Manager und man kann sich als Laie nicht vorstellen, welche Macht dieses Unternehmen hat. Weil eben fast alle Portfolio-Management-Systeme aufgebaut sind auf einer MSCI-Logik. Und deswegen haben die gar keine andere Wahl und können gar nichts anderes verwenden. Und diese Macht hat MSCI auch genutzt, es reinzudrücken mit ganz langfristigen, extrem teuren Lizenzverträgen. Und deswegen auch der Aktienkurs. Und da muss man sich jetzt erstmal wieder freischwimmen von. Aber das wird jetzt passieren. Ja. Würdest du jetzt sagen, das nimmt schon fast so protektionistische Tendenzen an, wenn wir uns jetzt MSCI anschauen, die dann vielleicht sagen, ja so eine VW weiß nicht, ob die jetzt so ESG geeignet ist, noch besser eine Tesla oder BYD, whatever you call it. Wie siehst du das? Also es gibt drei Schwachstellen. Und die erste Schwachstelle ist, dass die klassischen ESG-Ratings, wie sie jetzt eben verwendet werden, 800 verschiedene Kriterien messen. Die meisten davon müssen geschätzt werden. Und letztendlich ja den Status quo anschauen. Das diskriminiert die produzierende Industrie. Weil natürlich ein Unternehmen, welches Zement produziert, welches Stahl produziert, welches Maschinen produziert, das sind übrigens die Unternehmen, die sind entscheidend für den Umbau. Also dieser Umbau Richtung CO2-Neutralität ist ein Hardware-Thema. Da geht es um konkrete Produkte. Das ist kein Software-Thema. Diese Unternehmen schneiden tendenziell bei diesen Ratings halt extrem schlecht ab, während Unternehmen, die gar kein Altgeschäft für den Umbau haben, Software-Unternehmen und so weiter, oder auch Neugründungen, die eben gar nichts zum Umbau haben, die schneiden gut ab bei diesen Ratings. Das heißt, es ist natürlich genau das, was das Gegenteil ist von dem, was die EU eigentlich wollte. Den Umbau der Wirtschaft zu finanzieren, wird sozusagen die alte Industrie abgeschafft in der Hinsicht. Sieht man bei der Automobilindustrie, Tesla, okay, die haben halt kein Altgeschäft. Dafür verkaufen sie CO2-Zertifikate, die die Automobilfirmen ja kaufen müssen, die noch alte Benziner bauen. Jetzt, wenn ich diese CO2-Zertifikate Tesla anlasten würde, dann wären die auch gleich natürlich überhaupt nicht mehr nachhaltiger. Also das zeigt, es ist halt völlig willkürlich, wie es gemessen wird. Aber die Unternehmen, die halt eben massiv am Umbau beteiligt sind, die fallen da alle raus. Und deswegen geht es extrem auf die europäische und vor allem auf die deutsche Wirtschaft. Ja. Also die deutsche Wirtschaft spielt im MSCI-World eh kaum eine Rolle, aber im MSCI-SRI-World ist sie praktisch dann ganz abgeschafft. Da sind dann nur noch Unternehmen dabei, vielleicht wie die deutsche Börse oder Finanzdienst leistet oder so. Aber das, wo es eigentlich darum geht, die existiert dann nicht mehr. Also das ist so eine Diskriminierung, die kommt letztendlich dann der amerikanischen Wirtschaft zugute, weil die hat viel Software, die hat viel Plattformökonomie und hat dann auch Startups. So und das Zweite ist, dieses Rating diskriminiert Unternehmen, die nicht wirklich groß sind. Also wenn ich aus den tausend größten Unternehmen der Welt rausfalle, dann bin ich schon eigentlich fast zu klein, um diesen wahnsinnigen Marketingaufwand zu betreiben, mir die Consultants zu holen, die meine Daten so aufbereiten, dass ich bei diesen Ratings gut abschneide. Also es ist eine absolute Katastrophe für den Mittelstand. Und auch da ist es jetzt wieder so, die deutsche Wirtschaft lebt von Unternehmen, die gehören halt nicht zu dem Top, von der Größe her. Die sind zwar spitze in dem, was sie tun, sind aber eigentlich klein. Die können diesen Aufwand schon gar nicht betreiben. Und ja, also dabei kann man es vielleicht mal belassen. Und deswegen haben die so eine Schieflage dann, diese Indizes. Und man sieht, also einmal ist es eine Themaverfehlung und zum Zweiten sieht es dann auch so aus, als wäre das jetzt bewusst, was gegen eine bestimmte Wirtschaft stimmt, aber nicht. Sondern das geht implizit dadurch, dass halt gewisse Branchen oder gewisse Arten des Arbeitens, von der wir leben, da nicht zum Zuge kommen. Jetzt haben wir schon Entschuldigung, eins wollte ich noch sagen, was ich halt geradezu das Lächerlichste finde, ist, wenn ich jetzt ein Geschäft mache, was einfach überhaupt keine Rolle spielt beim Umbau der Wirtschaft. Also ich bin irgendeine IT-Plattform und mache irgendeine Internet-Plattform oder irgendwas, dann reicht es praktisch, dann die ganzen Kriterien von den 800, die relevant werden jetzt, Kreislaufwirtschaft, die da spiele ich ja eh keine Rolle, weil ich bin ja meinetwegen nur ein Distributor oder eine Marketinggesellschaft oder Plattformgesellschaft. Ja, dann reicht es halt zwei Frauen im Aufsichtsrat und veganes Essen in der Kantine, zack, und ich bin auf Platz 1. Und so schauen die dann auch aus, diese Indizes. Ja, da würde ich auch gerne noch drauf kommen und wir können ja direkt daran anknüpfen. Jetzt sagst du, nehmen wir mal so ein Unternehmen jetzt wie Netflix, ein reiner Streaming-Anbieter, die haben jetzt eine Serverfarm, dann kann ich jetzt als Netflix sagen, super, ich stelle das jetzt ESG-konform auf, ich nehme jetzt halt Strom Strom aus regenerativen Energiequellen, dann nehme ich noch zwei Frauen in den Aufsichtsrat, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber so, veganes Essen, dann gibt es noch einen Bienenschwarm auf dem Dach und eine Solaranlage und dann passt das schon. Aber damit leistet das Unternehmen ja auch etwas, während jetzt, sage ich mal, die Volkswagen, klar, da ist der größere Hebel, die müssen mehr tun, aber warum willst du dann sozusagen Netflix bestrafen? Die können ja nichts dafür, dass sie dieses Geschäftsmodell verfolgen. Nein, aber sie spielen halt keine Rolle für den Umbau der Wirtschaft. Sustainability Investment hat ein ganz klares Ziel und wenn ich jetzt akzeptiere, dass das für die Menschheit ein wichtiges Ziel ist, dann muss ich schauen, wo spielt jetzt die Musik und dann spielt eine unglaubliche Musik in der Stahlproduktion und in der Zementproduktion und auch im Maschinenbau und in ganz vielen Themen und dann kann ich nicht eine Indexlogik zulassen, die eben gerade diese Unternehmen dann abschneidet von der Kapitalversorgung und davon ausgeht, dass wir alle uns nur noch auf YouTube beschäftigen und auf Facebook uns irgendwas schicken. Da spielt einfach nicht die Musik. Aber ich habe zwei Folien dabei, die, glaube ich, das ist Dilemma ganz gut erklären. Also hier diese erste Folie ist von OECD, die ist jetzt, ich glaube, von 2020. Da wird belegt, dass die Ratings gar keine Ratings sind. Weil am Ende geht es ja um Folgendes. Der Investor hat ja eine wahnsinnig komplizierte Frage. Was ist nachhaltig, was ist nicht? Na klar. Und der Sinn und Zweck eines Ratings ist, diese komplexe Frage zu standardisieren und damit zu vereinheitlichen und damit eine Antwort möglich zu machen, ohne dass man ganz tief reingeht. Und man sieht jetzt hier bei dieser OECD-Auswertung die verschiedenen Firmen und dann sieht man hier auf der einen Seite die Kreditratings dieser Unternehmen von den großen Kreditrating-Agenturen. Und dann sieht man, bei allen Firmen ist es ungefähr das gleiche Ergebnis. Oder anders formuliert, welches Kreditrating eine Firma bekommt, hängt offensichtlich von der Finanzsituation der Firma ab und nicht von der Rating-Agentur. Und das muss ein Rating leisten, sonst ist es kein Rating. Und auf der anderen Spalte sieht man hier die Ergebnisse vom ESG-Rating, die führenden fünf ESG-Rating-Agenturen. Und dann sieht man, bei den verschiedenen Unternehmen, die ja ausgewählt sind, man hat ein kunterbuntes Resultat. Jede Rating-Agentur kommt zum komplett anderen Ergebnis oder anders formuliert, welches Rating-Resultat ein Unternehmen bekommt, hängt stärker von der Rating-Agentur ab als vom Unternehmen selbst. Und damit erfüllt es nicht die Mindestanforderungen, die ich an einem Rating habe. Der Begriff Rating ist ja eigentlich schon widersprüchlich. Und wir haben das mal für die deutsche Wirtschaft uns genauer angeschaut. Das ist jetzt in der nächsten Folie. Die Folie ist jetzt etwas unübersichtlich, man kann jetzt die Schrift nicht lesen, wenn man das am Handy anschaut. Aber darum geht es gar nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die HardDAX, also die größeren deutschen Unternehmen, herausgegriffen und haben geschaut, welches dieser Unternehmen bekommt von einer der drei großen Rating-Agenturen ein Top-Rating, ein Top-ESG-Rating. Das sind hier die ersten drei Spalten und farblich markiert. Das sind die, auf die es auch iShares-ETFs gibt im Nachhaltigkeitssinn. Und dann sieht man, dass, wenn ich die ersten drei Spalten anschaue, über farblich markiert sind die, die dann ausgewählt sind. Also die investiere ich in den entsprechenden Nachhaltigkeits-ETF mit der entsprechenden ESG-Rating-Logik. Dann sieht man, die Schnittstelle ist leer. Also, das ist absolut faszinierend. Diese drei großen Rating-Agenturen, es wird ja dann oft gesagt, ja, ich muss halt, das ist halt zu hellgrün, ich muss dunkelgrün, ich muss die wirklich, wirklich nachhaltigen. Und das ist alles noch so tolerant. Okay, wenn ich dann sage, dunkelgrün ist, alle drei sind sich einig, das ist wirklich nachhaltig, dann habe ich hier eine leere Schnittmenge für die deutsche Wirtschaft. Das zeigt, wie absurd das ist und wie wenig das ein Rating ist. Und jetzt habe ich als vierte Spalte hier noch eingefügt, etwas, wo wir die große Zukunft sehen im Nachhaltigkeits-Rating. Wir haben hier was anderes genommen. Wir haben eine ganz neutrale Datenbank genommen, nämlich die Patent-Datenbanken. Darauf würde ich gleich noch kommen in der nächsten Frage. Lass uns vorgeschaltet noch einmal darauf schauen, was wird denn geratet oder wie wird das gerankt? Also wir haben jetzt gemeinsam, du bist Finanzvorstand, ich bin vielleicht CEO, wir haben eine Firma, wir machen jetzt eine vegane Kantine, wir haben Bienenschwarm auf dem Dach, wir haben aber keine Frau im Aufsichtsrat. Wie bepunktet man das? Ja, das ist ein bisschen bisher. Also wie wird das gemacht? Das ist etwas unterschiedlich. Das macht jede Rating-Agentur anders. Also als erstes würden wir uns einen Consultant holen, der uns bereitet. Weil zum Beispiel, es gibt so eine Telefongesellschaft, die ist der Auffassung gewesen, ob ich beim Telefonieren jetzt CO2 einspare, hängt davon ab, ob bei mir ein Telefonat weniger CO2 verursacht als im Branchenschnitt. Eine andere Telefongesellschaft ist ja auf die Idee gekommen, mit einem guten Consultant, dass ich ja mit jedem Telefonat eine Autofahrt oder eine Flugreise vermeide. Und dass ich damit CO2 berechne. Gut, die eine waren halt dann top im Nachhaltigkeitsrating, die andere waren halt ein Flop. Also ich muss mir erstmal die richtigen Consultants nehmen. Dann muss ich intern einen Stab aufbauen. Also das, die dann simulieren, sie werden CO2-Moleküle zählen, nach irgendwelchen Methoden, die halt so sind, dass halt das Ergebnis gut passt. Das ist fast alles, das wird ja hier mit Schätzdaten gemacht. Naja, also ich muss sozusagen, wenn ich jetzt bis jetzt acht Abteilungen hatte in der Firma, brauche ich jetzt einfach eine neunte. Ohne das geht es nicht. Und die ist dann darauf spezialisiert, designed to rating. Ich muss mir dann aussuchen, welche Ratings will ich top sein und dann kann ich, dann muss ich halt sehen, okay, wenn ich jetzt da noch diese Stellgröße mache, dann hilft mir das und dann komme ich da raus. Das ist ja auch, es gibt ja auch keine Ex-Post-Validierung. Das ist ja auch ganz entscheidender Punkt. Diese Kreditratings, die kann man ja auch kritisieren, aber die arbeiten sehr hochwertig und die sind halt auch überprüfbar. Weil, wenn ein Unternehmen heute ein R-Rating hat und in einem Jahr ist es insolvent, dann sagen die Kreditgeber zur Ratingagentur, was habt ihr da gemacht und dann gibt es einen harten Konflikt, der aufgelöst werden muss, dass ein offensichtlicher Fehler passiert. Aber das gibt es ja bei ESG-Ratings gar nicht. Also wenn irgendein Unternehmen heute da ein Top-Rating hat, woran will ich denn morgen messen? Ja. Und da setzt du jetzt halt an und sagst, es gibt eine objektivere, validere, vergleichbarere Datenbasis und das sind Patente. Also wir haben uns ein Folgendes überlegt. Dieses ganze nachhaltig investieren ist in die Zukunft gerichtet. Das heißt, ich muss mir anschauen, was sind die Pläne des Unternehmens für die Zukunft, um eben diesen Umbau der Wirtschaft zu leisten. Und da habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich produziere Marketingunterlagen und das ist halt auch unglaublich. Ich habe ja auch einen Anleihenfonds und jetzt für jeder Anleihe, die emittiert wird, wird inzwischen auch ein Nachhaltigkeitsbericht. Es ist, ich kann es nicht mehr sehen. Jedes Unternehmen stellt sich dar, als wäre der eigentlich jetzt weg, dieses Unternehmen ist nur die Rettung der Welt. Und das sind solche Marketinghülsen. Ich kann es nicht mehr sehen. Oder man geht weg zum eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens. Und das Kerngeschäft des Unternehmens ist in der produzierenden Industrie die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Da spielt die Musik und da ist ein Kerninteresse jedes Unternehmens schon lange aktiv zu sein, erfolgreich zu sein. So, und jetzt haben nicht nur wir uns das überlegt, dass eigentlich da die Musik spielt, sondern auch die Weltpatentorganisation und auch die UN. Und die UN hat sozusagen definiert, was sind die kritischen Technologien, die wir lösen müssen, um die Ziele zu erreichen. Also CO2-Reduktion, Wasseraufbereitung, also alles, was irgendwie in Ökologie fällt und Kaiserswirtschaft. Was sind die kritischen Technologien und die Weltpatentorganisation hat alle ihre Patentklassen, die sind ja hochauflösend, wenn ich irgendwas zum Patent einreiche, dahin zugeschlüsselt, ob sie einzahlen auf einer dieser Technologie und hat dann sozusagen grüne Patente damit definiert. Und das Schöne ist, dass die Weltpatentorganisation ja schon seit Jahrzehnten standardisiert diese Datenbanken pflegt. Also die sind in Korea identisch wie in Argentinien und so weiter. Und das heißt, es ist möglich, sozusagen über diese Patentklassen jetzt schon sehr lange auch zu schauen, was passiert in den letzten Jahren, in den letzten drei, in den letzten zehn Jahren, in welchen Unternehmen. Wo wird massiv Innovation entwickelt und beim Patentamt angemeldet in eines dieser gewissen Ziele. So, und das hat jetzt folgenden Effekt, ich brauche überhaupt keinen Consultant mehr. Weil die Weltpatentorganisation diese Daten, da brauche ich eine spezielle Software, die haben wir entwickelt. Ich ersetze durch einen Patentanwalt. Das machen ja die Firmen eh. Gut, das braucht keine neue Abteilung. Stimmt. Es braucht keine Resultant, es braucht keine Ratingagentur. Sondern ich muss nur eine Systematik und auch eine Software bauen, mit der ich diese Patentdatenbanken auslesen kann. Okay, aber ich belaste die Firma nicht. Das heißt, das geht auch für den ganzen Mittelstand. Der wird nicht belastet. Und so, und jetzt haben wir, also unter der Leistung von Torsten Henz hat die Universität Zürich eine Studie gemacht, wo jetzt geguckt würde, ob man tatsächlich, wenn man hier besonders gut ist bei der Forschung und Entwicklung, bei diesen grünen Patenten, ob man dann in die Zukunft fünf Jahre geblickt auch tatsächlich CO2-Reduktion geleistet hat. Und die Ergebnisse sind halt exzellent. Ja, was auch sonst. Ist ja klar. Und das heißt, man hat jetzt auch eine empirische Validierung. Und insofern sagen wir jetzt, vergiss diesen ganzen Marketing-Kram, vergiss auch diesen ganzen Overhead, sondern konzentriert euch darauf, was machen die Unternehmen da eigentlich? Und das ist deren originäres Ziel. Und die Patentdaten sind halt so hochauflösend, dass ich sozusagen, wenn jetzt ein Investor kommt und sagt, ich hätte gerne ein Portfolio und mir geht es vor allem um Verschmutzung der Meere, dann kann ich das spezifisch, kann ich ihm da die führenden 100 Unternehmen der Welt auswählen. Wenn ein anderer sagt, mir ist CO2-Reduktion wichtiger, kann ich es daraufhin ausrichten, etc. Also das ist sozusagen, es gibt was Positives und was Negatives. Das ist sozusagen das Positive. Das heißt, ich habe jetzt hier auf einmal eine EU-rechtskonforme, objektive Datenbank, auf Basis derer ich sehen kann, was machen die Unternehmen tatsächlich für den Umbau der Wirtschaft. Und das nur als Randbemerkung, auf einmal sieht Deutschland spitze aus. Deutschland, Japan, Korea. Das ist auch der größte Himmel. Unternehmen wie Schaeffler, Continental, ThyssenKrupp, VW, Mercedes, BMW, Weltspitze im Umbau der Wirtschaft bezogen auf die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Aber das nur am Rande. Aber was ich, genau, jetzt zum Nachteil, es ist halt nur E. Also ich kann mit diesen Patentdaten nur Dinge messen, die relevant sind für die Ökologie. Social and Governance ist sozusagen jetzt unbesetzt. Sodass die Häuser, mit denen wir sprechen, die jetzt für E diese Patentlogik einsetzen, dass die sich immer dann noch sozusagen etwas suchen müssen, wie sie jetzt selber glauben, am besten Social and Governance bewerten zu können. Das ist auf der ersten Seite natürlich eine Schwäche. Auf der anderen Seite ist das in der Praxis scheinbar auch wieder positiv nach den ersten Erfahrungen, weil eine kirchliche Einrichtung hat halt ganz andere Anforderungen an S und G als jetzt ein Unternehmerverband oder wie auch immer. Und insofern ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil E das Einzige ist, was ich wertneutral messen kann und alles andere hängt dann von den speziellen Werten ab, die jetzt jemand verfolgt. Das bedeutet aber, wenn wir uns jetzt diese Patentdatenbank halt anschauen und die zugrunde legen und dann sagen, ja, da ist Volkswagen drin. Die haben jetzt 5000 Patente auf Antriebe, auf Motoren und so weiter und so fort. Dann kommst du dann halt zu dem Schluss, ja okay, das ist förderungswillig sozusagen, das bekommt ein ESG-Rating oder SRI-Rating und so weiter und so fort. Das ist der Gang der Dinge sozusagen, das ist die Mechanik dahinter. Die ganze Idee ist, die Wirtschaft mit Kapital zu versorgen für den Umbau. Und wenn in der produzierenden Industrie, ein gutes Beispiel ist im Moment ThyssenKrupp zum Beispiel, hat unglaublich viel geleistet in der Forschung und Entwicklung, grünen Stahl zu produzieren, ja gut, aber jetzt geht es erst los. Jetzt müssen wir den Umbau finanzieren. Wenn ich nach klassischen Ratings gehe, wird ThyssenKrupp abgeschnitten von der Kapitalversorgung. Bei uns sieht man, die hätten verdient, mit Kapital zu versorgen, weil die entscheiden, ob wir in Zukunft überhaupt Stahl produzieren können in Europa, so wie wir uns das vorstellen. Und insofern ist das, aus meiner Sicht eben gerade konsistent mit den Zielen. Ja, absolut. Ich habe, wahrscheinlich stelle ich mich jetzt natürlich gegen deine Expertise und gegen die der UN und der Universität Zürich, aber ich meine da zwei Schwächen zu erkennen. Zum einen belohnst du Unternehmen, die halt schon sehr viel Geld haben, die sehr, sehr groß sind, die sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken können, die auch den großen Hebel haben, wie jetzt Volkswagen, die müssen ja. und zum anderen ist natürlich die Frage, wer will denn überhaupt entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Weil wenn wir jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht ein passendes Beispiel, aber wenn wir uns jetzt Antriebstechnologie angucken, wir sagen jetzt, okay, voll elektrischer Antrieb, das ist das Mittel der Zukunft oder Wasserstoffantrieb. Jetzt förderst du Wasserstoffantrieb und bisher ist es ja so, okay, das ist gar nicht der Antrieb der Zukunft. Ist das nicht die große Schwäche deiner Betrachtung? Du lächelst jetzt schon so mal die Zürich. Nee, vielen Dank. Vielen Dank, weil das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Auf den muss man eingehen. Also das Erste ist, wir benachteiligen gerade keine kleinen Unternehmen, weil jetzt habe ich da eine Datenbasis, also wir nennen den Index GTI, Green Transition Innovators. Also GTI ist auch ein schöner Name, Absolut. Wir denken an den schönen Verbrenner. Jetzt ist es bei GTI, natürlich gibt es einen Large Cap, aber es gibt auch einen Small Cap Index. Also das heißt, ich kann es schon auch mir spezifisch jetzt den Mittelstand aussuchen und kann man dann hier schauen, relativ gesehen zur Größe und zum Umsatz, wie viele internationale Patente wurden dann in den letzten drei Jahren eingereicht, zu welchen Themen. Also das ist eben gerade ein Vorteil von der Art, wie wir arbeiten. Ein großer Kritikpunkt kann ja natürlich sein, es wird ja auch viel Blödsinn eingereicht und viel wird zum Patent angemeldet und dann funktioniert es nicht. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung. Es gibt ja nur zwei Arten, wie ich die Wirtschaft sehen kann. Ich kann sie marktwirtschaftlich sehen, dann ist es für ein Unternehmen, sagen wir mal Siemens, ist ja ein Riesenakt, ein internationales Patent für mehrere Anwendungsfelder anzumelden. Da müssen wir ja richtig ins Geld gehen. Das ist ein Riesenakt. Also glaube ich, das Unternehmen ist in der Lage zu beurteilen, ob es sich lohnt oder die Alternative ist eine Planwirtschaft. Ich glaube, es gibt eine übergeordnete Stelle, irgendein Consultant oder irgendeiner in Brüssel, der weiß, was jetzt sinnvoll wäre und was nicht. Und da ist halt die Geschichte auch eindeutig. Bitte lasst die Unternehmen in ihrer Entscheidung selber entscheiden, wo sie ihr Risikokapital hin investieren und versucht keine Planwirtschaft. Und im Moment ist das ja auch so ein bisschen die Gabelung, dass wir haben jetzt viel Planwirtschaft probiert, das geht nicht. Und dann heißt es, okay, wir müssen wieder mehr Eigenverantwortung bei den Unternehmen lassen und genau, das sehen wir auch so. Das heißt klar, Unternehmen setzen auf bestimmte Technologien und investieren dort viel Geld in Forschungs- und Entwicklung und dann investieren sie darin, das zuzulassen zum Patent und sich schützen zu lassen und dann haben sie sozusagen, wenn es grüne Patente sind, haben sie auch schon gerechtfertigt, dass sie sozusagen im Index nach oben sind. Wir maßen uns nicht an, zu beurteilen, ob jetzt die konkrete technische Lösung dann am Ende den Durchbruch bringt oder nicht, weil das kann halt niemand beurteilen. Ja, also gibt es mir ja recht, dass es da einen gewissen Verlust gibt, dass wir dann halt immer noch Gefahr laufen, dass wir was fördern, was sich nicht durchsetzt. Auf jeden Fall. Es ist part of the game. Aber die Frage ist halt nur, glaube ich, dass die Fachleute in der Firma das beurteilen können, wo sie ihr Geld allokieren oder glaube ich, dass eine zentrale Stelle, die weit weg ist, das beurteilen kann und da hat halt die Geschichte gezeigt, lasst die Verantwortung bei den Firmen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn wir nochmal dieses Argument betrachten, welche Firmen fördern wir? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, Wasserstoff, du hast es jetzt auch gerade genannt, inzwischen Krupp, die ja auch über eine Tochter Nussera, wenn mich nicht alles täuscht, die auch sehr stark in Wasserstoff investieren beziehungsweise auch forschen. Unternehmen, die bei Wasserstoff arbeiten entlang der Wertschöpfungskette, SFC Energy, in NABDA, Norwegen fällt mir jetzt gerade mit, Nell, die würden ja, das sind jetzt auch teilweise keine deutschen Unternehmen, aber trotzdem bei dir ja rausfallen, weil die haben ja im Prinzip ja kein Hebel, sondern die machen ja schon, die investieren schon in diese Produkte, die haben schon diese Patente, die sind dann ja vom Geld abgeschnitten. Wer eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat, schließt die nicht. Das ist auch etwas, was wir in den Daten ganz klar sehen. Es gibt eine unglaubliche Konsistenz, also entweder jemand isst da gut und bewegt was, dann wird er auch in drei Jahren oder in sechs Jahren was bewegen. Also die Firmen, die jetzt da führend sind, die werden, also die sind auch bei unserem Rating dann hochwertig und die werden in drei und sechs Jahren wahrscheinlich auch noch hochwertig sein. Es gibt Unternehmen, die wechseln, das schon, also die jetzt Felder neu für sich entdecken in grüner Entwicklung, aber jemand, der da schon stark ist, der bleibt da eigentlich in der Regel auch stark. falls das die Frage beantwortet. Ja, ich denke schon. Es gibt halt Unternehmen, die, also alles, was ich sage, ist halt wirklich Hardware. Hardware, Hardware, Hardware. Absolut. Es gibt natürlich Unternehmen wie eine deutsche Börse, wie bewertet man die? Ja. Klar, die haben auch vielleicht mal ein Patent, dass irgendwie sie weniger Energie verbrauchen für dies oder jenes. Aber das ist schon klar, das ist also, der ganze Fokus der EU liegt Umbau der produzierenden Wirtschaft und darauf liegt auch unser Fokus. Und klar, Handel und so, gewisse Dinge kann ich damit nicht bewerten. Auch die Immobilienwirtschaft kann ich damit nicht bewerten. Ja, absolut. Wie soll ich Vonovia damit bewerten? Aber da spielt doch auch gar nicht die Musik. Die Musik spielt doch darin, jetzt neue Baustoffe zu entwickeln, damit Vonovia die dann einsetzen kann. Aber was soll das an Vonovia nachhaltig sein? Nein, klar. Worauf ich ja nur hinaus will, ist halt, dass ich halt das Gefühl habe, dass du Unternehmen belohnst, die jetzt halt klar darauf einzahlen, dass die deutsche Wirtschaft oder weltweit halt auch Richtung Nullemissionen halt geht, aber andere dann ausschließt, die halt aber nur in ihrem eigenen Rahmen halt grün sein können, wie eine Netflix beispielsweise, indem sie halt sagen, okay, wir können dazu nichts beitragen, die Leute können unsere Produkte nicht nutzen, um CO2 einzusparen, sondern wir selber sparen CO2 ein. Und die sind dann die Gekniffenen. Darauf wollte ich halt nur hinaus. Das ist korrekt. Also Netflix spielt bei uns jetzt keine große Rolle. Nee, also im Ernst. Ich halte die auch für irrelevant für den Umbau der Wirtschaft Richtung CO2-Neutralität. Warum sollte die eine Rolle spielen? Nee, klar. Das ist auch so. Nur, wie gesagt, die haben halt dann keine Chance, dort gefördert zu werden. Aber okay, gut, das haben wir ja rausgearbeitet. Was ich jetzt noch sehr interessant fand, vielleicht als abschließenden Gedanken, es gibt ja Kompensationsprojekte. Und ich habe mir das immer so, ich bin kein gläubiger Mensch, aber es ist ja so ein bisschen der moderne Ablasshandel. Und jetzt habe ich es zwar schon angefeatured, aber es gibt ja in der Schweiz eine Fluglinie. Die haben halt gesagt, okay, im Vergleich zu 2019 wollen wir die Emissionen halbieren bis 2030. Da dachte ich mir, wow, jetzt nur noch Segelflugzeuge oder haben die jetzt schon diese begehrten E-Fuels? Nein, die investieren in den Wald und dann wird halt geflogen von Bali bis, weiß ich nicht, Las Vegas, wenn die da lang fliegt. Und es tut sie im Prinzip gar nichts, sondern es wird halt nur kompensiert. Ist das machbar oder beziehungsweise ist das noch okay? Wie kann man das aus Sicht eines Finanzinvestoren dann halt überhaupt betrachten? Oder ist das einfach nur kompensiert? Also es sind wahrscheinlich nicht alle Betrüger, aber es lädt halt wahnsinnig zu Betrug ein. Also ich halte das für völlig überflüssig. Und du hast den Begriff Ablasshandel genannt und den verwenden wir eigentlich auch immer in unseren Präsentationen. Also wir vergleichen das dann immer mit dem Mittelalter. Und was hat Luther gesagt? Wir müssen zurück zur Schrift und so machen wir das dann auch. Wir gehen zurück zur Schrift. Das heißt, was war eigentlich das Ziel? Und dann landet man bei Umbau und was ganz anderem, als dass ich da irgendwelche Pseudo-Zertifikate, wieder eine neue Industrie aufbaue. Also da ist so viel Missbrauch unterwegs. Das ist, also ich habe, also was ich da jetzt auch schon mitbekommen habe und gesehen habe, es ist einfach, die Nachhaltigkeitsindustrie ist nicht nachhaltig. Und zwar weder bei E noch bei S noch bei G. Die ist nicht nachhaltig. Also wenn ich etwas nachhaltig machen möchte, dann sollte ich gerade diese Industrie boykottieren. Okay. Als abschließenden Gedanken dann oder als abschließende Frage, was rätst du dann Privatanliegerinnen und Privatanliegern? Um ISG jetzt einen Bogen machen? Ist das Unsinn? Oder ist das trotzdem noch ein valides Investment? Das ist ein wichtiges Thema und das ist auch legitim, dass einem das am Herzen liegt und das ist auch in jeder Hinsicht zu begrüßen. Also auch gerade institutionelle und so, für die ist das halt ein essentielles Thema. Aber es ist wie bei der Internetblase. Man muss ja nicht eben TV kaufen sozusagen. Also es ist ja oft so, die erste Welle, die verraucht jetzt so ein bisschen. Okay, jetzt guckt man, was sind die Schäden? Es gibt jetzt sehr fundierte wissenschaftliche Arbeit, die auch diese Schäden schon aufräumt. Und sich guckt, okay, was können wir davon weiterverwenden und was kann weg, was ist keine Kunst? Und ja, ich glaube, da in den nächsten Jahren entsteht da was sehr Tragfähiges und warum das dann nicht auch nutzen? Ja, das klingt doch sehr versöhnlich und dann gucken wir in ein paar Jahren nochmal drauf, aber ich hoffe, du kommst vorher dann nochmal zu uns hier in unserem Kanal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Andreas und ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talkformat. Zu Gast war Dr. Andreas Beck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihm so ist, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber fair, unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, euch eine erfolgreiche Börsenwoche zu wünschen und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis bald. Ciao.